Batjeni ist der Name einer alten und weit verzweigten ungarischen Adelsfamilie, die als Magnaten, Grafen und Fürsten zu den bedeutendsten Geschlechtern Österreich-Ungarns gehörten Familiengeschichte. Die Batjeni zählen zum ungarischen Uradl. Von Forschern wird die Herkunft der Familie auf das Geschlecht der Eos zurückgeführt, welche 970 erstmals erwähnt wurden und sich am Nordufer des Plattensees niederließen. Auf jeden Fall kann die Stammreihe der Batjenis eindeutig mit Miklos de Covagoers, der eine Katharina Batjeni heiratete, als beginnend betrachtet werden. Dessen Sohn Georg de Covagoers wurde 1370 Burkhauptmann von Estergom und bekam für seine Verdienste im Kampf gegen die Türken im Jahre 1398 von König Sigismund das Gut Batjen mit dem Marktstädtchen Polgadi im Komitat Feja verliehen. 1481 erlangte das Geschlecht eine Wappenerneuerung. Mit Franz I. und Balthasar II. begann ein neues Kapitel der Familiengeschichte. Am 30. Juni 1524 bekam er von König Ludwig II. die Burg und Herrschaft Güssing übertragen. Seither ist dies der Stammsitz der Familie im Burgenland. Eine Linie des Geschlechtes nannte sich danach auch Batjeni-Nemed-Oivari. Franz II. Balthiani wurde 1603 der Grafenstand verliehen. Eine andere Linie nannte sich später Batjeni-Stratmann und wurde in den Fürstenstand aufgenommen. Eine weitere Linie blieb gräflich. Balthasar Batjeni machte den Familiensitz Güssing 1570 zum evangelischen Mittelpunkt der Region. Dessen Nachkomme Adam Batjeni wurde wieder katholisch und gründete in Güssing ein Franziskaner Kloster. Die ungarische Baronie wurde der später fürstlichen Linie der Familie 1628 verliehen. Der ungarische Grafenstand 1630. Im Jahr 1645 erlangten die Batjeni den niederösterreichischen Herrenstand. Die erbliche Würde eines Banos von Kroatien und Slavonien wurde ihnen 1700 verliehen. 1721 erfolgte die Aufnahme der Batjeni in den Märischen, 1734 in den oberösterreichischen Herrenstand. 1755 errichteten die Batjeni ein Fideikommis, gleichzeitig kam es zur Annahme des Namens Batjeni-Stratmann, nachdem ein Batjeni die Erbtochter des letzten Grafen Stratmann geheiratet hatte. Im Jahr 1763 wurde die Familie mit Karl-Josef Batjeni in den böhmischen Fürstenstand erhoben. Ein Jahr später auch in den Reichsfürstenstand samt der Anrede hochgeboren. In den Kärntner Herrenstand wurde das Haus Batjeni 1804 aufgenommen. Das Recht zur Anrede als durchlaucht erhielten sie 1905. La Chos Batjeni wurde während der Revolution in Ungarn 1848 ungarischer Ministerpräsident und 1849 in Pest hingerichtet. Nach 1945 wurden die Batjenis in den damals sozialistischen Ländern weitgehend enteignet. Wesentliche Besitzungen haben sie jedoch noch im Burgenland Österreich. Die Familiengruft der Batjeni befindet sich in der Kirche Mariell Heimsuchung des Franziskanerklosters in Güssing. Gestiftet wurde die Gruft vom Ehepaar Aurora und Adam Batjeni. Neben dem Stifterpaar sind hier über 100 Familienmitglieder begraben. Die Gruft in Güssing ist nach der Kaisergruft Wien die zweitgrößte Familiengruft Österreichs. Darin befindet sich ein Prunksarkophag, in dem Karl Batjeni begraben liegt. Er wurde von dem Bildhauer Balthasar Ferdinand Moll geschaffen. Bekannte Namensträger Balthasar Batjeni, Freiherr von Batjeni, gebildeter Humanist, wurde 1570 Protestant. Franz II. Batjeni, Kammerherr, oberster Steilmeister und Obergespahn des Gomitats Oedenburg. Adam Batjeni, Graf von Nemetujwa, Gründer des Franziskanerklosters in Güssing. Adam II. Batjeni, Bahn von Kroatien. Eleonore Batjeni, Stratmann, Wiener Hofdame und enge Vertraute von Prinzzeugen von Savoyen. Ludwig Ernst Batjeni, ungarischer Hofkanzler, Ritter vom Goldenen Vlies und Palatin. Karl Josef Batjeni, zunächst Graf, erlangte den Fürstenstand, österreichischer General und Feldmarschall, Erzieher Josefs II. Josef Batjeni, Graf, Fürst Primas von Ungarn, Erzbischof und Kardinal. Ignaz Batjeni, Grafbischof. Vince Batjeni, ungarischer Staatsmann und Topograf. Luis Batjeni, St. Ivani, Hochstapler. Franziska Batjeni, Gräfin, Geb. Tschechieni, Gustav Batjeni, Pferdezüchter. Kasimil Batjeni, erster ungarischer Außenminister unter Kossut. Lachos Batjeni, Graf, ungarischer Ministerpräsident, 1849 hingerichtet. Tifada Batjeni, ungarischer Politiker und Minister. Ladislaus Batjeni, Stratmann, Fürst, Augenarzt, selig gesprochen. Margit von Batjeni, Geb. Thyssenbourne, Meyser. Wilmos Batjeni, Bischof von Nitra. Sacha Batjeni, Sternchen 1973, Großnäffe von Margit von Batjeni. Redakteur, Schriftsteller in der Schweiz. Schlösser und Burgen. Schloss Batjeni in Neumarkt an der Raab. Schloss Batjeni in Pinkerfeld. Schloss Batjeni in Rechnitz. Schloss Batjeni in Rudersdorf. Schloss Batjeni in Bitzke. Schloss Trautmannsdorf in Trautmannsdorf an der Leiter. Schloss Tabor, Burgessing, Palais Batjeni in Wien.